Ab heute bin ich auf YouTube monetarisiert und es kam völlig unerwartet. Ich war eben draußen und war joggen, weil es mir irgendwie nicht gut geht die ganze Zeit und kam dann zurück und habe in die E-Mails geguckt und da war die E-Mail, hey, du bist Teil des Partnerprogramms jetzt. Und es kam unerwartet, weil ich dachte, die Bestätigung braucht auf jeden Fall einen Monat, zumindest ist das, was immer so gesagt wird. Und das war jetzt eine Woche. Also ich habe vor einer Woche die beiden Marken erreicht, also die Wiedergabestunden, die 4000 Wiedergabestunden schon früher und dann die 1000 Abonnenten vor ungefähr einer Woche. Und heute kam die E-Mail, dass ich im Partnerprogramm bin. Und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass das mich so freut, so stolz macht auch irgendwie. Und ich bin so selten stolz auf irgendwas, was ich mache. Aber ich muss sagen, auf das bin ich wirklich stolz. Und ich denke, das geht den meisten so, die mit YouTube anfangen. Ich muss dazu sagen, das ist seit eineinhalb Jahren jetzt Teil meines Lebens. Und das hat mich ein Stück weit auch durch die Pandemie gebracht. Jeder von uns hatte so seine Sachen. Mein Ding war YouTube und meine Beschäftigung eben, weil ich alles kombinieren konnte, weil ich Musik machen konnte. Ich konnte filmen natürlich, ich konnte schreiben, ich konnte Themen verarbeiten, die ich wollte. Und das hat mir einfach eine Möglichkeit gegeben, mich auszudrücken in der Zeit, um mich zu beschäftigen. Und deshalb bin ich so stolz, weil es mit Disziplin zu tun hat. Weil es damit zu tun hat, daran zu glauben, dass man das machen darf, was man machen möchte. Und dass man eventuell auch damit ein bisschen Geld verdienen kann. Und mir geht es ja nicht ums große Geld, ganz ehrlich. Ich will sowieso einfach leben. Ich mag das sowieso nicht, irgendwie zu groß zu denken finanziell. Das ist nicht mein Ding. Aber allein schon, diese kleinen Beträge, die es am Anfang sind und die es vielleicht auch bleiben. Und wenn man das absolute Ziel wäre doch, davon leben zu dürfen. Das ist doch ein unfassbares Privileg. Und das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, diesen Weg da zu gehen. Diese ganze Zeit steht im Tab Monetarisierung diese zwei Dinge. Einmal 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabstunden. Und da ist dieser Kleine wie so ein Tacho im Auto. Der füllt sich immer weiter und du weißt, hey, das sind die beiden Ziele. Und du hast es vor Augen. Und auf der einen Seite ist es positiv, auf der anderen Seite macht es natürlich sehr, sehr viel Druck. Und man überlegt sich, ja, was kann ich noch machen? Was wird gut geklickt? Was ist irgendwie, ach. Und das kann schon mal zu Stress führen, weil man sich zu viele Gedanken macht, weil man zu verbissen ist manchmal. Und das ist was, was ich jedem empfehlen kann, der auf diesem Weg ist. Versucht, weniger verbissen zu sein. Natürlich fällt mir das jetzt leicht, wenn ich es erreicht habe und ich verstehe schon. Aber diese letzten Prozent, die man da erreichen will, die sind es nicht wert, die sind es oft nicht wert. Macht euer Ding, macht das, worauf ihr Lust habt. Macht das, warum ihr diesen Kanal startet. Und dann werdet ihr Erfolg haben, wenn ihr dranbleibt. Das ist die wichtigste Message, die man, glaube ich, weitergeben kann. Nachgiebig sein mit sich selbst. Das ist ultra wichtig. Und dranbleiben, natürlich. Macht das, worauf ihr Lust habt, macht es weiter und dann passiert genau das. Dann seid ihr monetarisiert irgendwann. Und ja, vielleicht kann ich euch kurz mitnehmen zu dem, was passiert, nachdem man diese magische Grenze erreicht hat. Dann kommt dieser kleine Button Bewerben und man bewirbt sich. Und dann kommen drei Felder. Die werden dann anstatt dieser zwei Tachos angezeigt. Und das erste Feld ist, man stimmt den AGBs zu. Easy. Okay, macht man. Ist ein Haken dran. Das zweite Feld ist, man verknüpft das Konto oder man erstellt ein AdSense-Konto, gibt die Steuerdaten ein und das hat zur Folge, dass man eben Einnahmen erzielen darf. Das dauert ein paar Tage. Dann ist da auch ein grüner Haken dran. Und dann ist da unten drunter das dritte Feld. Und da steht, der Kanal wird geprüft, ob er den Richtlinien entspricht, ob er werbefreundlich ist. Und das kann bis zu einen Monat dauern, steht da auch. Man liest sich die Richtlinien dann nochmal durch und weiß eigentlich, dass man das richtig gemacht hat. Aber man hat trotzdem so dieses Gefühl, okay, ich kann mich vorher nicht freuen. Ich kann mich, bevor dieser Schritt nicht durch ist, ich weiß nicht, ob ich angenommen werde. Ich habe mich letztendlich nur beworben. Und das, was dann abfällt, wenn diese Mail kommt und man dann diesen Schritt gehen kann Richtung Monetarisierung, das ist schon immens. Also für mich bedeutet das sehr, 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 sehr viel. Und dann geht es weiter. Dann drückt man auf Ja, ich möchte monetarisieren. Und dann fragt YouTube, ob man denn alle Videos monetarisieren will und wo die Werbung angezeigt werden soll. Und das hat natürlich dann alles Auswirkungen auf den CPM. Und der CPM ist letztendlich der Betrag, den man pro 1000 Views erhält. Und der kann variieren, sag mal zwischen 3 Dollar und zwischen 30 Dollar. Diejenigen, die sich mit YouTube beschäftigen, die wissen das. Finanzkanäle haben zum Beispiel einen sehr, sehr hohen CPM. Da bekommt man dann teilweise 30 Euro pro 1000 Views. Und bei mir wird das sehr viel weniger sein. Aber darum geht es auch, wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, darum geht es mir überhaupt nicht. Es ist einfach nur dieses Ding, okay, man hat es geschafft. Man hat das Ziel erreicht. Man hat das erreicht, was man sich vorgenommen hat. Und man hat es genau zur richtigen Zeit erreicht. Mein Ziel war es nämlich vor der Amerika-Reise. Und die, die den Kanal kennen, die wissen schon, wir sind ab Januar für drei Monate in Amerika. Und ich wollte davor gerne monetarisiert sein. Und das habe ich jetzt geschafft. Und ich bin einfach zufrieden. Und ich kann jetzt das Jahr ganz entspannt ausklingen lassen. Und bin einfach sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch dankbar für das Privileg, diese Plattform zu haben. Weil das klingt vielleicht ein bisschen groß. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Weil YouTube ist ein Riesenunternehmen. Google ist ein Riesenunternehmen. Aber trotzdem bin ich dankbar. Trotzdem bin ich dankbar für diese Plattform. Für die Möglichkeit, das machen zu dürfen und eventuell sogar dafür bezahlt zu werden. Das ist eine Riesenchance. Und ich bin Google, ich bin YouTube dankbar dafür. Und zum Abschluss bleibt zu sagen, ich bin natürlich jedem, der Videos geschaut hat, jedem, jeder, der oder die abonniert hat, ich bin euch allen super dankbar. Weil ohne euch wird das nicht funktionieren. Das wissen wir, glaube ich, alle. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön von Herzen. Und bis bald. Habt einen schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Ich werde einen tollen Abend haben. Und ihr erreicht eure Ziele. Gerade wenn es um YouTube geht. Bleibt einfach dran. Macht's gut. Ciao, ciao. Еще noch eintrainer. Ciao, ciao. Vielen Dank.